Hallo Freunde, hier ist ein Starry Skywalker und heute mit einem neuen Showcase, also steht er schon länger, ich glaube schon so eine Woche steht er schon in der Videobeschreibung von Commander Cody glaube ich, also ich verlinke ja auch andere Customs und vorder schon dabei, aber ja, war noch nicht hochgeladen und ja, jetzt gibt es ihn halt, also das ist Voro in Phase 2 und ich fange jetzt mal gleich an, also der Helm ist an Stormtrooper Helm gemacht und ich habe versucht den so, den Fahrt, also die Markierungen an den Stormtrooper Helm irgendwie anzupassen, und ja, dann zum Körper, der ist sehr, also der ist sehr schmutzig, also nochmal zum Helm, äh zum Kopf, hat auch noch da so einen kleinen Kommlink und Blutflecken, hat er auch, dann hier da ist er halt sehr schmutzig, also Battle Damage und hier, ähm, man sieht es manchmal, dass bei den Klonen, die schon eine gebrauchte Rüstung haben, also keine Glänzerüstungen mehr, wie man es ja gerne nennt, ähm, ähm, naja halt auch so gefärbte Gürtel hat, also achtet mal darauf, und also vielleicht merkt man es nicht, aber wenn man darauf achtet, dann sieht man es schon manchmal, und deres habe ich halt auch eingebaut, dann hier so ein Waffengürtel mit silbernen Schnallen drauf, und so ein Pol, äh, ja so ein Polgram, und hinten geht er noch weiter, dann einen schwarzen Kragen, Arme sehen so aus, und so aus, also Foro ist auch schon sehr lange fertig, nur ich hab halt, ähm, kein Video gemacht, dann die Beine, oh scheiße, Moment, oh, wo haben wir denn jetzt, äh, Moment, so sind wir da, also, haben wir es wieder, dann hier, hat er noch am Bein so ein kleines Täschchen, und ja, ja, also das war Captain Foro, 0-Arc Captain Foro, und ja, also schreibt in den Kommentaren, wie ihr ihn findet, also ich persönlich finde ihn eigentlich schon gut, ja, bewerten, kommentieren, und wenn es euch, liken, wenn es euch gefällt, und wenn ihr mehr davon sehen wollt, und ihr habt noch nicht abonniert habt, abonniert mich bitte, okay, dann sag ich mal, ciao! Bis zum nächsten Mal!